Stell dir einmal einen Botschafter vor. Er ist Bürger eines ganz, ganz reichen Landes. Eines superreichen Landes. Völlige Versorgung, Segen, extrem weise Regierung. Die Leute sind zufrieden. Es ist ein Land sozusagen, wo Milch und Honig fließt. Er ist Bürger dieses genialen Landes. Jetzt ist er Botschafter und wird ausgesandt in ein ganz bettelarmes Land. Ein Land mit Not, mit Elend, mit Unterdrückung, mit miserabler Regierung, mit Korruption, Krankheit, Elend, was man sich nur an Übel vorstellen kann. Als Repräsentant seines Landes ist er jetzt in diesem Land mit der großen Not. In diesem bettelarmen Land mit bettelarmen Menschen. Der Botschafter weiß, dass er nicht zum System dieses armen Landes gehört, sondern zu einem anderen System gehört, zu einem anderen Reich gehört. Er ist zwar in diesem Land, aber er ist nicht von diesem Land. Er lebt zwar hier, aber er denkt nicht so wie die armen Menschen. Er verhält sich nicht so wie die armen Menschen. Er redet nicht so wie die armen Menschen. Er denkt redet und verhält sich wie ein Mensch von seinem Land. Denn er weiß, als Botschafter stehen die Ressourcen des Systems, aus dem ich ausgesandt bin, hinter mir. Ich lebe zwar hier, aber ich bin nicht so bettelarm und ich bin nicht in dieser Not und ich bin nicht in dieser Bedrängnis wie die armen Menschen hier. Ich bin nicht Teil dieses korrupten Systems. Und weißt du was? Das gilt für dich. Die Bibel sagt uns, dass wir Botschafter an Christi statt sind. Gesandte, Ausgesandte. Ja, von wo denn? Vom Himmel, vom Reich Gottes sind wir ausgesandt. Wenn du eine neue Kreatur bist, Jesus als Herrn und Retter angenommen hast, sein Kind bist, dann bist du nicht mehr von dieser Welt, obwohl du noch hier in dieser Welt lebst. Du bist in den Status eines Botschafters erhoben. Und bitte rede nicht wie die Menschen hier in dieser Welt. Denke nicht wie die Menschen in dieser Welt. Verhalte dich nicht wie die Menschen in dieser Welt. Du brauchst weder die Vergnügung dieser Welt zu haben, noch die Sorgen dieser Welt dir zu machen, noch das, wo über alle diese Welt sich aufregt, dich darüber aufzuregen. Du bist nicht von dieser Welt. Du kommst aus einem völlig anderen System, aus dem Reich Gottes, wo völlig andere Kriterien und Maßstäbe gelten, völlig andere Ressourcen da sind. Hier in diesem Land, wo so viel Unterdrückung und Not und Elend und Mangel ist, da kannst du als Repräsentant des Himmels Segen weitergeben. Du lebst als Botschafter des Himmels. Hier in dieser gefallenen, elenden, erbarmungswürdigen Situation in diesem armen, armen Land. Du gehst vorwärts und bist zum Segen für die Menschen in diesem Land. Im Grund, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. So wie Jesus als Repräsentant des Himmels in dieses Land, diese Welt kam und gelebt hat als Repräsentant des Himmels. Genauso möchte er, dass du und ich leben. Repräsentanten einer anderen Ordnung, eines anderen Systems mit ganz anderen Ressourcen. Wir sollen zum Segen werden für die armen, unterdrückten, geknechteten Menschen in diesem Land. Aber auf jeden Fall sollen wir nicht so denken wie sie, sollen nicht unter dieser Mentalität von Mangel und Bedrückung und Armut und Not sein, sondern wir sollen wissen, wir sind Repräsentanten des Himmels, des Reiches Gottes und das soll sich durch unser Leben Ausdruck verleihen. Und Gott will durch uns diese armen Menschen segnen, beschenken, sie versorgen und ihnen Gutes tun. Das ist das, was der Status des Botschafters ausmacht. Wir sollen Botschafter sein an Christ die Stadt. Ich glaube, wenn wir das verstehen und da hineingehen, dass Gott wirklich viel, viel mehr für uns hat.